Musik So, da hinten sind sie wieder in Alarmbereitschaft und laufen quasi entgegen da unten irgendwo Wie umgehen wir den denn jetzt effektiv? Laufen wir uns einfach hier weiter? Ich sehe ihn nämlich ärgerlicherweise so gar nicht Ah Da war er Das war knapp Was ist da drüben? Findet lieber mal heraus, was? Okay, das war nicht sehr elegant Und auch nicht effektiv Aber er ist tot wenigstens So Einmal durchsuchen Ein Tier Schätze, ich habe alles eingesammelt So, wir müssen da nur durch dieses Tor Und ich fürchte, dahinter stehen genau Soldaten Die gerade von uns aufgeschreckt worden sind Guck mal einer an Da ist nämlich einer So, machen wir mal folgendes Wurde mir angeraten, dass ich das mal tun soll Ey Warum kam denn jetzt keine Slow-Mo Super-Game? Verdammt Oh, Mist Du hast doch ein langes und glückliches Leben vor dir, verdammt Ein langes und glückliches Leben Das finde ich total klasse gerade Dass er seinen Kameraden da wirklich auf der Schussbahn jetzt geholt hat Das finde ich super Gefällt mir So Die Frage ist aber Kann ich jetzt schon wieder schießen? So Oh, Bubble So, einer ist noch da Und die triangulieren gerade meine Position wahrscheinlich ziemlich gut Also muss ich mich jetzt echt mal wegbewegen Ich hoffe, dass ich von dieser Seite aus drankomme Oh, Shit Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ähm So Jetzt dürften alle um diesen Turm herum Erledigt Suche es auch vorüber Weil wahrscheinlich sieht uns keiner mehr Oder Alle, die uns gesehen haben Sind tot Da sind sie, die beiden Äh E? Hallo? E? E? Nein, okay Hört da nicht So Was haben wir denn hier noch Schönes? Äh Eine Granade Hallo? Nicht aufnehmen? Offenbar voll Hier irgendwas? Nö Ein Scheinwerfer Ein Motor Guck mal Da können wir Geräusche machen So, äh Erwut übertönen So, äh So, äh Er übertönt, äh Übertönt, äh Er übertönt, äh Oops Falsch So, machen wir es so Aber ich bin ein bisschen zu mechanisch beim Schießen Das ist neu Also das ist echt neu dass dass da so Splitter durch die Gegend fliegen Mal gucken Wo sind sie? Da steckt einer dahinter Da ist noch einer irgendwo hinter Der Markierte ist jetzt da Hinter die Mauer gerannt Den anderen Sehe ich leider jetzt nicht Könnt ihr bitte mal rauskommen? Kommt raus, kommt raus Wo auch immer ihr seid Na Mist Jetzt ist es nicht mehr übertönt Ein Traum Ah, jetzt ist es wieder übertönt Ich kriege es Mensch, diese Anzeige Die verwirrt mich Okay, das üben wir noch So, Reichweite Q, E Da müssen wir irgendwas tun Alles klar Ich verstehe es nicht ganz Aber, okay Äh, so Das war effektiv Problem an der Sache Nicht übertönt Okay Das ist neu Dass wir die Reichweite auch einstellen müssen Ähm Aber Gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Effekt So Wir bewegen uns Aus der Position mal weg Sonst nichts So Er steht da immer noch Versteckt Äh Da sind jetzt welche Wo genau Ist da Und kommt das da näher Das da Ist da Ich begebe mich mal von einer Deckung in die nächste Oh Da ist das da Guck mal So Die hätten wir dann auch Und wenn wir die Karte dann komplett geleert haben Haben wir bestimmt auch alle Missionen erfüllt Wo ist derjenige der uns da gerade sucht Dort oben Guck einer an So Und da muss noch irgendwo einer sein Aber ich sehe Nicht Schade Jetzt fliegen hier andauernd Flugzeuge Und als ich es brauchte Nicht Leuchtende Rucksäcke Unterschall Hier schleichen So Da sind zwei mit Fragezeichen Überm Kopf Wer wie was Wieso Weshalb Warum Wer mich sucht Ist dumm Guck mal Guck mal Das ist ein Offi Offi Zack Zack Abschussliste Partner Mach's gut Fritz Fritz Wo wurde denn ein Leichnam gefunden Von dem Der da wegrennt Gerade Oder wie sehe ich das Oh Der Helm fliegt weg Okay Da hinten ist jetzt auch Recht leer Und da hinten Da ganz weit hinten Soll noch einer sein Da oben Oder eher in die Unten Nach unten Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug Mit der Orchidea als Höhepunkt Aber ich glaube irgendwie Einer ist noch näher Auf jeden Fall Als der Mensch dort hinten Nur wo der Der steckt am Strand Kann das sein Oh So mal wieder ins Gebüsch Ganz langsam Wir haben's ja nicht Eilig Okidoki So ich muss mich Einmal gerade Anders setzen So Ich sehe die Menschen nicht Das ist das Problem Zack Einmal Kamera Äh Quatsch Kamera Meine Güte Fert ein Glas So ist das Ding So S So Them